Hallo YouTube, das ist JC Productions, heute mal wieder mit einer Review. Und zwar habe ich hier die JBL E55BT, das sind Bluetooth Kopfhörer um derzeit ungefähr 90 Euro. Und was die können bzw. nicht können, das erfahrt ihr jetzt. Der JBL E55BT ist zur Zeit einer der beliebtesten Bluetooth Kopfhörer auf Amazon. Und mit seinem Preis von 90 Euro auch eher im Mittelfeld angesiedelt. Es gibt zwar auch viel günstigere Bluetooth Kopfhörer, aber auch viel teurere. Der Link zu den Kopfhörern ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Der Kopfhörer ist erhältlich in den Farben Rot, Weiß, Schwarz und Blau. Die Kopfhörer kommen in eine sehr schöne Schachtel, wodurch das Auspacken auch wirklich Spaß macht. Im Lieferumfang erhalten sind die Kopfhörer selber, ein Kabel für Kabelbetrieb, ein Ladekabel und auch ein paar Anleitungen. Leider ist keine Tragetasche oder sonst was dabei. Das ist ziemlich schade, weil gerade in dieser Preisklasse hätte ich mir schon irgendwas für den Transport gewünscht. Die Kopfhörer können auch ganz normal mit einem Kabel benutzt werden. Wenn man sie aber per Bluetooth benutzt, dann hat man auch ein paar Funktionen direkt am Kopfhörer. Und zwar gibt es hier ein paar Knöpfe, einen zum Lauter machen, einer zum Leiser machen und einer für Play, Pause bzw. Anrufe annehmen. Die Knöpfe sind eigentlich relativ gut ertastbar und auch relativ gut klickbar. Es gibt auch einen weiteren Knopf zum Aufbauen von Bluetooth-Verbindungen. Beim Einschalten macht der Kopf ein relativ interessantes Geräusch. Es klingt, wie wenn man ein Auto startet. Und es gibt auch ein paar andere Geräusche, die dann anzeigen, dass eine Verbindung aufgebaut wurde. Das war gerade am Anfang etwas verwirrend. Andere Hersteller haben hier einfach eine Computerstimme, die einem auch den Akkustand durchsagt. Das ist hier leider nicht so. Was aber dafür sehr schön ist, ist, dass bei meinem Handy auch der Akkustand mit angezeigt wird. Das ist praktisch. Ansonsten gibt es noch einen speziellen Knopf für das Pairing. Und am mitgelieferten Kabel sind auch noch ein paar Knöpfe, die gleichen wie auch auf dem Kopfhörer drauf sind. Geladen wird der Kopfhörer über Micro-USB. Hier ist auch ein Kabel im Lieferumfang enthalten. Das Kabel ist orange. Das ist zwar in der Theorie egal. In der Praxis finde ich es aber doch irgendwie irritierend, dass das Kabel nicht die gleiche Farbe wie der Kopfhörer hat. Der Bügel ist ziemlich flexibel und man kann die Muscheln einzeln rausziehen oder wieder reindrücken und auch drehen. Den ganzen Kopfhörer kann man auch zusammenfalten, was natürlich für den Transport ziemlich praktisch ist. Beim Auspacken war mein erster Gedanke, das fühlt sich billig an. Wackelig, viel Plastik, der Stoff am Bügel fühlt sich billig an und auch einfach generell nicht besonders hochwertig. Auf Amazon beschweren sich auch ein paar Leute, dass der Bügel nach einiger Zeit ausleiern soll. Das ist bei meinem Modell zum Glück nicht der Fall. Die Soundqualität ist aber was ganz anderes. Die ist nämlich wirklich überraschend gut. Es gibt hier keine aggressiven Höhen. Der Kopfhörer ist relativ schön ausbalanciert. Und auch die Bässe sind nicht dumpf oder nicht zu laut. Es ist natürlich kein Studiokopfhörer. Er ist nicht komplett linear. Aber ich finde für die meisten Musikrichtungen ist er ziemlich angenehm. Die Akkulaufzeit hat mich eigentlich am meisten überrascht. Der Kopfhörer hält locker 10-15 Stunden mit einer Ladung durch. Das hat mir ziemlich imponiert. Nach dem Einschalten ist ziemlich schnell eine Verbindung hergestellt. Und man kann den Kopfhörer auch mit mehreren Geräten verbinden. Allerdings hat das bei mir nicht ganz so gut funktioniert. Die Verbindung steht zwar, aber es kommt immer wieder zu Knackser und Abbrüchen, wenn ich mehrere Geräte an den Kopfhörern verbunden habe. Außerdem scheint es leichte Probleme mit meinem MacBook zu geben, weil hier hat sich die Verbindung generell immer wieder unterbrochen. Und ich habe immer wieder ein leichtes Rauschen oder Knacken gehört. Mit allen anderen Geräten, also zum Beispiel Tablet oder Handy, hat das aber einwandfrei funktioniert. Auch über größere Distanzen weg. Der Tragekomfort ist natürlich etwas sehr Subjektives. Ich finde die Kopfhörer aber sehr angenehm. Er sitzt bei mir ziemlich gut und wird auch nach längerer Zeit nicht unbequem. Was mich hier am meisten überrascht hat, ist die Abschirmung. Es ist zwar kein aktiver Noise-Canceling-Kopfhörer, aber trotzdem kommen von außen sehr, sehr wenige Geräusche rein, gerade wenn man Musik hört. Das ist natürlich im Straßenverkehr etwas gefährlich. Dort sollte man aber sowieso keine nicht offenen Kopfhörer zum Musikhören benutzen. Der Preis von 90 Euro ist nicht billig. Natürlich gibt es teurere Kopfhörer, aber um 90 Euro darf man sich auch schon einiges erwarten. Diese Erwartungen sind bei dem Kopfhörer nicht ganz erfüllt. Auf der anderen Seite ist halt die Verarbeitung nicht wirklich gut. Kopfhörer fühlt sich eigentlich eher billig an, auch wenn er meiner Ansicht nach hochwertig aussieht. Auf der anderen Seite überzeugt der Kopfhörer mit der Klangqualität, der Akkulaufzeit und der wirklich guten Abschirmung. Jetzt ist natürlich die Frage, was einem am Ende des Tages wichtiger ist. Und bei mir ist es so, dass mir die Klangqualität und das Klangerlebnis doch um einiges wichtiger ist als die Verarbeitung. Deshalb würde ich schon eine vorsichtige Kaufempfehlung für diesen Kopfhörer geben. Vor allem, weil die Konkurrenzprodukte entweder teurer sind oder meiner Meinung nach einen schlechteren Klang hat. Wenn es aber noch irgendwelche Fragen zu den Kopfhörern gibt, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, auf alle einzugehen und alle zu beantworten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen.